Der Organisator von der 35 Kantonale Köngel, Rammlerschau, Bratelen, der Steustellungsgemeinschaft, KZV Weidraufst, OG Mutti und OG Bratelen und Umgebung. Der Rammlerschau ist der höhere Punkt des Ochtjahres, das im Frühling beginnt mit den Jungen und endet nach den Ausstellungsversionen. Der Rammlerschau ist der Rammlerschau. 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 Der Rammlerschau. Der Rammlerschau. Der Rammlerschau. Der Rammlerschau. Der Rammlerschau.